Es tut mir leid, Herr Kerales. Die Zwangsvollstreckung betreffend Ihr Eigentum ist von der Bank bereits angeordnet. Du musst dich ums Geschäft kümmern. Keine Sorge, alles wird gut. Was wird denn das da, wenn's fertig ist? Ist das China, Herr? Ich würde Sie bitten, nichts zu berühren. Vielen Dank. Nur Herrenanzüge? Sie haben gar nichts für Frauen? Und was kostet so ein Anzug? Also der günstigste Stoff, den ich anbieten kann, kostet 110 Euro pro Meter. Was soll das? Du machst dich lächerlich. Verschwinde gefährlichst. Verkaufst du Hochzeitskleider? Ich nähe keine Hochzeitskleider. Doch, doch, ich mach es. Ein Brautkleid für Ihre Tochter. Ich würde gern gut nähen können. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie mir etwas über Frauenmode beibringen kann. Mein Sohn macht mir Schande. Deine Brautkleider sind für Näherinnen, aber wir sind Schneider. Es ist perfekt. Ich mache alles. Jeder Wunsch wird erfüllt. Dann machen Sie mich bitte reich. Ich nähe Ihnen ein Kleid mit großen Taschen, die wäre es damit. Mikros. 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 Vielen Dank.